jo meine lieben was geht ab und zwar wollte ich euch sagen heute ist ein geiler tag und wir probieren heute mal bei de la bu ice cream die eiscreme rollen aus ice cream rolls ursprünglich aus thailand aber nun ja egal dann bis gleich so da sind wir doch jetzt mal im wedding und so schaut es von innen aus so ich habe hashtag nummer sechs genommen also diabetes und wie ihr sicherlich erkennen könnt gibt es da verschiedene sachen also was fruchtiges was schokoladiges oder halt auch man kann sich selber was zusammen kreieren dafür benötigen wir einfach den zettel hier den füllen wir dann aus also kreuzen dann das an was wir möchten und ja brauchen das vorne nur einreichen so ihr könnt auch super erkennen hier gibt es auch was für die kleinen kinder so kinderbecher und was sie für eine menge bestellen möchtet also zwei rollen drei rollen oder vier rollen so und tut mir leid dass das video jetzt so in die länge gezogen wird aber ich will euch alles zeigen damit ihr euch sicher seid was das alles so gibt und ja hier halt noch paar saucen oder auch andere toppings vergesst nicht eure stempelkarte also die bonuskarte abzustempeln so wie schon erwähnt habe ich mir die nummer sechs gegönnt hashtag sex diabetes und nun ja jetzt können wir schön erkennen wir uns das zusammen stellt unsere eisrollen und wie schon erwähnt der trend kommt aus thailand der ist unter anderem halt wie schon erwähnt world ice cream bekannt oder eiscreme rollen so für die zubereitung wird eine eismasse zu einer creme klein gehackt also das wird dann alles schöne zerbröselt und zerstochen zerkleinert einfach und ja auf eine eisplatte gegossen das können wir sicherlich schon gut erkennen und jetzt kommt die flüssigkeit und die eisplatte arbeitet ja schon und ja und ja So, ihr könnt das jetzt sicherlich super erkennen, er hat die ganze Masse schön flach verteilt und jetzt schabt er die dann zusammen, um daraus dann diese sogenannten Ice Cream Rolls herzustellen. Bis zum nächsten Mal. Also mein Fazit, mir hat es super geschmeckt und ich werde nächstes Mal mal was Fruchtiges probieren. Also ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich blende euch das ein, wo es genau überall in Berlin diesen leckeren Delaboo Ice Cream Rolls Geschäft gibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.